Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur Schuldrecht-BT-Videoreihe. Und wie ihr schon sehen könnt, fangen wir heute an, uns mit den einzelnen Ansprüchen der Sachmangelgewährleistung zu beschäftigen. Wir fangen an natürlich mit § 437 Nr. 1, 439, 434 und 433 BGB mit dem Anspruch auf Nacherfüllung für den Käufer. So, im Grunde, und das werdet ihr gleich auch am Schema sehen, haben wir alle Prüfungspunkte der Nacherfüllung bereits zusammen durchgesprochen. Ich möchte aber, bevor wir auf das Schema eingehen, einmal ganz kurz euch erklären, wie eigentlich diese Normketten hier zustande kommen. Weil, wie gesagt, das habe ich ja bereits schon mal angesprochen, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere da draußen sich fragt, Boah, was sind das eigentlich für lange Normketten, lieber § 31? Geht das nicht auch kürzer? Ja, es geht auch kürzer. Ja, wir könnten beispielsweise § 433 BGB weglassen und wir könnten auch § 434 BGB weglassen. Möchte ich aber nicht tun. Denn ich finde, die beiden gehören genauso zum Anspruch dazu, wie auch die anderen beiden Paragrafen. Und ich möchte euch jetzt erklären, warum. So, wir haben hier in dieser Anspruchskette der Nacherfüllung vier Normen. § 437 Nr. 1 BGB, § 439 BGB, § 434 BGB und § 433 BGB. Und die zusammen ergeben eben unsere Normkette. So, der § 437 Nr. 1 BGB, damit fangen wir an. Was regelt dieser? Generell regelt § 437 BGB die Sachmangelgewährleistung des Käufers gegen den Verkäufer, sollte ein Sachmangel vorliegen. So, das heißt also, der steht immer ganz am Anfang. Weil der uns sagt, welche Rechte der Käufer gegenüber dem Verkäufer hat. Und hier müssen wir einfach nur schauen, haben wir hier Nacherfüllung, dann die Nr. 1, haben wir hier Rücktritt oder Minderung, dann die Nr. 2 oder haben wir hier Schadensersatz oder Aufwendungsersatz, dann die Nr. 3. Danach, und das ist jetzt ganz wichtig, das ist das, was sich eigentlich immer ändert, danach kommt eine Norm oder mehrere Normen, welche den Anspruch, der hier quasi ausgewählt worden ist, konkretisiert. Das ist bei uns in diesem Fall die Nacherfüllung, welche in § 439 BGB geregelt ist. Sollten wir jetzt hier zum Beispiel einen Schadensersatzanspruch haben, müssen wir dann eben den betreffenden Schadensersatzanspruch aufschreiben. Zum Beispiel § 281, 3, 2, 83 oder 2, 81 BGB. Oder wenn wir einen Rücktritt haben, würde dann hier stehen, § 346, 323, 326 Absatz 5 BGB. Das kennt ihr bereits aus dem Schuldrecht A, das heißt, das ändert sich immer. Und zum Schluss, bei jedem Anspruch stehen dann eben nochmal die § 434 BGB, welcher den Sachmangel geregelt und § 433 BGB, welcher den Kaufvertrag geregelt. Und dann habt ihr die Normenkette bereits zusammen. Das war's. Ganz einfach. Und ich denke, jetzt sollte jeder verstehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Hier unten haben wir dann nochmal das Schema der Nacherfüllung, wie ich bereits erwähnt habe. Also, gleicht sich das Schema mit dem allgemeinen Schema der Sachmängelgewährleistungsrechte, was wir bereits in den letzten Videos zusammen ausführlich besprochen haben. Dementsprechend werde ich jetzt zu den einzelnen Prüfungspunkten hier gar nicht mal mehr so viel sagen. Ich möchte euch gleich anhand eines Beispielfalles erklären, wie ihr das Ganze dann eben schematisch und gutachterlich lösen könnt. So, aber, und das ist jetzt auch nochmal wichtig zu verstehen, die Schemas der anderen Ansprüche aufgrund von Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, Aufwendungsersatz, die unterscheiden sich aber. Und dazu kommen wir dann in den nächsten Folgen. Kommen wir zu einem Beispielfall für die Nacherfüllung. Ich lese einmal vor, das versaute Gitarrengeschäft. Musti M ist ein begabter E-Gitarrenspieler und hat bei Händler Achim A eine Gitarre erblickt, welcher er schließlich für 899 Euro bei diesem kauft. M zahlt den Kaufpreis sofort und es wird vereinbart, dass A dem E die Gitarre zwei Tage später liefern soll. Genauso geschieht es auch, nach einigen Tagen stellt M allerdings während des ersten Probespielens fest, dass die Gitarre von innenfehlerhaft verbaut worden ist und an einigen Stellen schon rostet. Schnell meldet M dem A den Fehler und möchte die Lieferung einer neuen Gitarre. A verweist jedoch darauf, dass er nichts dafür tun könne. Gitarren können nun schon mal rosten. Er werde keine neue Gitarre an M liefern. M sieht das nicht ein und beauftragt seinen Freund und Rechtsanwalt Rudolf Wenderhalser, sein Recht aus § 437 Nr. 1, 439, 434, 433 BGB eben auf Nacherfüllung geltend zu machen. Aufgabe, nehmen Sie gutachterlich zu dieser Aufgabenstellung, Stellung. Am besten ist natürlich, wenn ihr euch jetzt einmal hinsetzt, das Video pausiert, euch den Sachverhalt zwei bis dreimal durchlest und versucht den Fall gutachterlich selbst zu lösen bei Word oder von mir aus auf einem Blatt Papier. Macht das bitte, pausiert das Video und löst das Ganze für euch notfalls von mir aus auch stichpunktartig. Und kommt erst dann zurück, wenn ihr das Ganze gemacht habt. Das gibt euch natürlich das bestmögliche Training. So, fangen wir an. Wir müssen natürlich wie immer erst einmal einen Obersatz bilden. Der könnte lauten, M könnte nach § 437 Nr. 1, 439, 434, 433 BGB einen Anspruch auf Lieferung einer neuen E-Gitarre von A haben. Und dann fangen wir an und klappern eigentlich nur unser Schema ab. Anspruch entstanden? Ja, der Anspruch müsste entstanden sein. Wir bräuchten zunächst einmal einen wirksamen Kaufvertrag. Ja, und hier gibt es natürlich keine Probleme. Wir können einfach festhalten, mehr oder weniger im Urteilsstil in diesem Falle, dass M und A hier einen Kaufvertrag über eine E-Gitarre zum Kaufpreis von 899 Euro geschlossen haben. Und da auch keine rechtszunahnden Einwendungen vorliegen, ist der Kaufvertrag auch wirksam. Ja, wir können hier auch natürlich den verkürzten Gutachtensstil verwenden. Ganz wichtig einmal noch zu erwähnen. Okay, dann kommen wir zum Sachmangel. Natürlich müsste die E-Gitarre auch einen Sachmangel nach § 434 BGB aufgewiesen haben. Und dann schreiben wir kurz auf, okay, ein Sachmangel liegt vor, wenn die Kaufsache entweder den subjektiven Anforderungen, den objektiven Anforderungen oder den Montageanforderungen nicht entspricht. So, wir können hier festhalten, dass subjektive Anforderungen und Montageanforderungen grundsätzlich eingehalten worden sind. Ich meine, die Parteien haben jetzt nicht konkret irgendeine Anforderung im Vertrag festgehalten an die Gitarre, beziehungsweise muss die Gitarre auch nicht montiert werden oder mit einer Gebrauchsanweisung oder so geliefert werden. Dementsprechend kommt nur ein objektiver Sachmangel in Betracht. Und dann suchen wir uns auch den Mangel direkt aus dem Gesetz raus. Das wäre hier § 434 Absatz 3 Nummer 2a BGB. Dann liegt ein Sachmangel vor, wenn die Kaufsache objektiv gesehen nicht den Anforderungen an eine solche Sache ähnlicher Art entspricht. Und hier können wir festhalten, ja gut, die Gitarre wurde offensichtlich nicht ordnungsgemäß verbaut und rostet auch schon von innen. Und folglich können wir sagen, ja, normalerweise sollte das bei neuen E-Gitarren nicht der Fall sein. Und somit haben wir einen Sachmangel nach § 434 Absatz 3 Nummer 2a BGB. Und die Gitarre entspricht hier nicht den objektiven Anforderungen. Somit kommen wir zum nächsten Prüfungspunkt bei Gefahrübergang. Auch hier können wir sagen, okay, der Sachmangel lag hier bei Gefahrübergang nach § 446 Satz 1 BGB vor. Im Zweifel greift hier die Vermutung des § 477 BGB, da wir hier auch ein Business-to-Consumer, also ein B2C-Geschäft haben, zwischen M und dem A, der ja hier Händler ist. Ein Gewährleistungsausschluss liegt ebenfalls nicht vor. Außerdem ist der Anspruch hier auch nicht ausgeschlossen, zum Beispiel aufgrund von § 439 Absatz 4 BGB wegen Unverhältnismäßigkeit. Und folglich kommen wir zu dem Ergebnis, zu dem vorläufigen, dass der Anspruch aus § 437 Nummer 1, 439, 434 und 433 BGB grundsätzlich entstanden ist. Das löst als Rechtsfolge aus, dass der Käufer, hier der M, nach § 439 Absatz 1 BGB ein Wahlrecht hat, ob er die Lieferung einer neuen anderen Sache verlangt, also einer neuen E-Gitarre in diesem Falle, oder ob er Reparatur der alten E-Gitarre verlangt vom Verkäufer. Und der M hat sich hier entschieden, eben die Lieferung einer neuen Gitarre von dem A zu fordern. So, dann müssen wir noch kurz feststellen, dass keine rechtsvernichtenden Einwendungen vorliegen und auch keine rechtshemmenden Einwendungen. Und wir kommen dann zum Ergebnis, dass M gegen A ein Anspruch aus § 437 Nummer 1, 439, 434, 433 BGB. Oh Mann, wie oft muss ich diese Norm eigentlich noch vorlesen in diesem Video? Also, ihr dürft euch schon mal darauf einstellen, in den nächsten Folgen wird es sehr, sehr viele Normenketten geben, die ich hier aussprechen werde. Also, falls ich mich mal versprechen sollte, bitte jetzt schon mal Entschuldigung darum. Genau, M hat also einen Anspruch auf Nacherfüllung in Form der Neulieferung der E-Gitarre von A. Ja, Punkt. Das war's. Ja, und natürlich, der Fall war einfach. Keine Frage. Ja, das war ein einfacher Einstiegsfall, um euch zu zeigen, wie man das Prüfungsschema der Nacherfüllung hier richtig anwendet. Im Übrigen, wer sich dafür interessiert, bald erscheint die Schuldrecht-BT-Fallreihe, wo wir auch nochmal etwas tiefer bei den Fällen hineingehen werden. Das geht natürlich jetzt bei dieser Videoreihe, wo wir euch natürlich erklären, wie das Ganze funktioniert. Ja, nicht, dass wir jetzt hier einen 50-Minuten-Fall oder 30-40-Minuten-Fall abdrehen. Das Ganze folgt dann eben in der Schuldrecht-BT-Fallreihe, die ihr euch sehr gerne auch auf der Website anschauen könnt. Ja, und ich hoffe natürlich, dass euch jetzt bewusst geworden ist, wie man zum Beispiel die Nacherfüllung hier in diesem Falle prüft. Und in den nächsten Folgen geht es dann weiter mit den Rücktrittsansprüchen bzw. den Minderungsansprüchen und danach mit dem Schadensersatz und dem Aufwendungsersatz. Ich bedanke mich bei euch jetzt schon mal ganz herzlich fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann könnt ihr auch wie immer sehr gerne einen Daumen nach oben dalassen oder auch einen Kommentar. Das hilft uns wirklich sehr weiter. Ja, ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Paragraf 31.